Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Kuhbuss. Ach im Schnitzen. Hellas. Holla die Waldfee. Jawohl ja. Was hast denn du da in der Hand? Ach ich wollte dir beim letzten Mal da bei die Bäume helfen. Ach bei die Bäume? Ja, hab ich Knochenmehl gemacht, aber das wollte der Baum nicht. Wollte den Baum nicht? Nee, der wollte keinen Knochenmehl. Dover Baum, wa? Ja. So, jetzt muss ich... Unter uns ist wieder was. Hast du auch gehört? So. So, jetzt mache ich mir erstmal Treppenstufen. Ja, mach das mal. Und ich, ich mache mir mal hier neue Tatschegel. Ja, machst du neue Tatschegel? So, ich gehe mal gucken, dass ich jetzt mal endlich mein Dach fertig kriege. Aber ich werde... Pass auf, ich baue hier draußen jetzt die Kiste ab. Oh, warum? Warum? Ja. Äh, weil ich die dann ins Haus setzen will. Und das ist eine gute Idee. Wo ist denn die Kiste? Ach, die ist da unten drunter. Hast du noch Inventar frei? Ja, warte mal. Ich gucke mal, dass ich hier ein bisschen was unterbringe. Wie viel müsste ich denn frei haben? Ja, jede Menge. Ich probiere gerade aus, ob ich... Warte, das brauche ich nicht. Ob ich hier irgendwas gerissen kriege, aber es geht nicht. Wolle. Was hast du Olle gesagt? Nee, Wolle. Ach so. Ich kann hier alles aufnehmen. Oh, gelber Farbstoff. Oh, Eisen. Ah, ich habe die Kiste. Ach so, ich setze die jetzt... Ich habe gerade extra leer geräumt hier. Ich setze die jetzt hier ins Haus. Ins Haus, ins Haus. In welches Haus? Hier. In dein neu gebasteltes Haus. Genau, in mein neu gebasteltes Haus. Und dann packe ich da erstmal rein, was ich nicht brauche. Na, du bist mir ja vielleicht im Kokogehrlich. Ach, guck mal, da liegen ja noch Sachen. Hier sind noch Netterziegel, ne? Ich sammle die dann mal auf. Da. Oh. Ja, äh... Ich kann dann doch nicht alles aufheben. Warte mal, was haben wir denn hier? Warte, ich nehme das mit. Hä, wo habe ich denn jetzt? Ich hatte irgendwo noch verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch. Da kann ich kein Schwein gebrauchen. Das wollte ich loswerden. So, ich fang jetzt mal mit dem Dach an. Ja. Mit dem, endlich. Ich hoffe es. Lach mal Dach. Da ist das verrottete Fleisch. Das kommt weg. Oh, ey. Ich will das gar nicht wieder aufnehmen. Da drückt man das wieder aufs Auge. Das finde ich jetzt echt nicht nett. Nee. Ne. Das sieht scheiße aus. Mhm. Ja, das ist direkt das Dach vor der, vor der Dingsgebummsen hier. Schätzelein, das heißt direkt. Nicht direkt. Direkt davor. Das ist, äh... Wir haben jetzt keinen Platz mehr hier mit... Boah, halt doch mal die Klappe, du Spacko. Ätzend, ne? Ätzend. Meins, guck mal. Kann man das so lassen? Das klebt dann direkt da dran, das Dach. An der Lampe. Lass das erst mal so und dann gucken wir uns das beim nächsten Mal im Dunkeln an, würde ich sagen, oder? Ja. 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 Nee, ich glaube. Ja, nee, machen wir. So, ich baue jetzt erst mal ein Dach. Habe ich diese verkackte, verrottete Fleisch doch wieder aufgenommen? Echt? Ja, dabei wollte ich das gar nicht. Ja. Jetzt hänge ich schon wieder vom Dach. Irgendwas machst du falsch. Ja, ich glaube dann auch. So, dann apropos Dach, gehe ich mal mein Stalldach fertig machen. So. Oh, das sieht aber sehr interessant aus, was du da machst. Ja, ne? Ja. Das ist auch sehr interessant. Ich flitz dann mal los und dann schmeiß ich. So, jetzt werde ich das mal. Schmeiß ich. Jetzt werde ich das mal wieder abbauen. Das ist meine Schippe. Das verrottete Fleisch weg. Schnell weglaufen. Ja, ich höre die ganze Zeit diesen verkackten Zombie. Ja, ist das nicht ätzend? Boah, der ist so ätzend. Ich werde die Folge endlich mal hier ein bisschen vorankommen. Ja. Weil das war ja die letzte Zeit nicht so, ne? Ne, das stimmt. Das ist richtig. Irgendwie ist immer was. Irgendwie hat man was immer mit Zombies oder so. Obwohl ich meine, davor die Folge mit Imneter, das war ja absehbar. Ja. Und dass ich mir dann wieder irgendwie so ein Fauxpas erlaube, war ja auch klar, ne? Ja, das war auch klar, das stimmt. Danke. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht hören. Aber ich mag dich. Ja, ja. Ja, doch. Meine Mama hat gesagt, ich soll immer die Wahrheit sagen. Ja, ne? Man soll ehrlich bleiben. Genau. Wie auch immer. Das gibt es heute leider nicht mehr ganz so oft. Ne, das stimmt. Das ist richtig. Finde ich eigentlich ziemlich traurig. Ja, das ist auch traurig, aber was willst du machen? Wir leben in einer Ellbogengesellschaft. Ja, das stimmt. Aber ich finde es echt blöd, wenn du da jemanden vor dir hast. Ich meine, manchmal hat man das ja. Ja, dann, dann, ja, guckt man den an und weiß, seine Nase passt mir nicht und, äh, ne? Hat sich schon erledigt. Ja, so ist das. Das stimmt. Aber, ähm. Ich finde dich doof. Gibt es auch andersrum. Und wenn sich jemand ein Freund schimpft, dann sollte der schon ehrlich sein, finde ich. Ja. Ja, so ist das. Na, toll. Habe ich toll gemacht hier. Ja. Nee, habe ich toll gemacht. Ich bin jetzt auch ehrlich, das hast du bombastisch gemacht. Bla. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Sprach Wallenstein. Ja. Jetzt gucke ich mir das mal an, ob das jetzt besser ist. Dass ich da so verzapfe. So, also ich habe gleich die erste, boah, ich brauche so viel Holz, das gibt es gar nicht. Kann ich dir leider nicht bieten. Ich kann dir einiges bieten, aber kein Holz. Echt? Was denn? Kommen Sie mal bitte zur Sache. Ja, eher, da hätte ich jede Menge. Ne, habe ich selber. Ich dachte, jetzt werde ich mal was los. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche Holz, aber ich habe ja in der letzten Folge ordentlich was gesammelt. Warum sprichst du so komisch? Abgehackt. Weil ich hier gerade voll in Action bin. Kubus in Action. Kubus in Action. Oh, ich habe jetzt einmal Erde zu viel weggenommen. So, wieder eingesetzt. Das wird echt ein scheiß Megaprojekt, dieses Dach hier. So, also ich habe das Dach über dem Stall fertig. Echt? Ja, ich finde, das kann man auch so lassen. Das sieht gut aus. Das heißt, wenn es denn dann doch mal regnen sollte, was natürlich nicht passiert, weil wir hier in der falschen Gegend sind. Ja, das stimmt. Hier regnet es nie. Bleibt alles trocken, sogar die Hühner. Die Hühner sind trocken. Die trockene Düscher hier weg. So, was darf ich als nächstes anstellen? Ach so, ja. Nur die Harten kommen in den Garten. Und die... Und die Smarten müssen warten. Ja. Und die Härteren kriegen die Gärtnerinnen, ne? So ist es. Aber es wird schon wieder dunkel. Ach, laber doch nicht. Oh, du hast recht. Entschuldigen Sie bitte. Laber doch nicht. Ach, ich hätte hier... Nee, Eichenholz. Kannst du Eichenholz brauchen? Nein, ich brauche Akazienholz. Ah, du mir mit deinen Sonderwünschen. Ehrlich. Aber ich habe ja Bäume gepflanzt und die werde ich jetzt mal eben umknocken. Okay. Oh, ich muss mal was essen. Knock, knock, knockin' on heaven's door. So, erst mal was gegessen. Erst mal was gegessen. Das hört sich jetzt nicht wirklich appetitlich an. Doch, das war's. Es war sehr lecker. So, pass auf. Wir müssen mal hier, ne? Gartentechnisch. Was müssen wir? Jede Menge Kartoffeln. Ja? Ja, 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 ja. Und wir wollten hier mal was verändern wegen der... Ähm... Melonen. Melone, Melone, Melone. Brauchen die Melonen vielleicht mehr Wasser? Muss ich da auch Wassergräben zwischen machen? Äh, das kann sein, ja. Oder brauchen die mehr Platz? Das kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich hier außer sehen einen Erdblock einfach mal hingehauen. So. Komm, sag es mir. Ja, ich glaube Platz. Platz brauchen die. Gut, dann bäuchte ich das hier mal wieder ab. Blub. So, ich fälle mal weiter Bäume. Das ist gut. Alter, was haben wir hier, viel Holz. So, das heißt, eine Melone und einmal Platz. Ja? Ja, 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 ja. So ungefähr. Ja, la, la, genau. Oh, verflixt und zugenäht. Wo habe ich denn meine Hacke hier? Die, dieses Harken-Ding. Äh, shit, wo habe ich denn das hingehtan? Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich habe jetzt hier die ersten Bäume gefällt. Und jetzt werde ich mich erst mal hier verpieseln. Hallo. Hallo. Kuburz. Kuburz, ey. Na? Wo ist es denn? Wo ist denn mein Holz? Ach so, ich dachte, du meinst mich. Danke. Na, nee, ich meine dich nicht. Kannst du mir sagen, wo ich dieses tolle Gartenwerkzeug hingetan habe? Ja, das könnte ich dir sagen, wenn ich selber wüsste. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich musste mal schauen. Hast du keine Ahnung, wa? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ey. Ja, ich kriege mal im Lager, wa? Ich habe eine Schlange, äh, eine Schlange. Ich habe eine Schlange gehört. Ey, eine Spinne, meine ich natürlich. Wo ist die Spinne? Wo ist sie? Weiß ich nicht. Ah! Ich töte dich! Was ist denn hinter mir die Tür zweimal? Jetzt habe ich mich aber erschreckt. So, ah, ich habe sie, ich habe sie. Eisenhacke. So war es, genau. Was denn? Ich habe die Eisenhacke wieder gefunden. Ja? Wir haben hier 34 Mal verrottetes Fleisch. Was wollen wir damit? Weiß ich auch nicht. Und das ist gut. Einfach rein in die Kisten. Kackegal. Auch keine Sau. Weg damit. Ja, ich überlege gerade. Boah, ich habe 26 Melonenkerne. 26? Ja, da guckst du aber. Ja. So, Zombies. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ne, die trauen sich nicht mehr. Ich haue euch in die Moppe. Ja, beim letzten Mal waren echt ordentlich viele, ne? Ja, dafür ist heute mal nicht so viel los. Das freut mich. Es wundert mich. Es ist Vollmond. Es wüsste doch mal. Wart ab. Nein, nein. Beschrei das nicht zu laut. Dann kommen sie gleich wieder. Nein, nein, nein. So, dann hätten wir das hier auch schon mal, finde ich. Finde ich ja voll geil. So, wie machen wir das jetzt hier? So. So, ich haue mal gerade den Kies hier noch weg. Ähm. Ach so, du bist da vorm Garten. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwie so... Was Zombiemäßiges halt. Nein, das war nur der kleine Kubus. Das ist ja beruhigend. Ja, das ist wirklich beruhigend. Ich gucke mal, aber hier ist im Moment nichts los. Das ist nicht gut. Das macht mir Angst. Nein, nein, das ist schon vollkommen in Ordnung so. Ich höre immer die Spinne. Ja, ne? Ja. Ich habe sie auch gehört. Und Zombies. Zombies. Uppala. So. Guck mal, ich mache jetzt hier so Schachbrettenmuster für die Melonen. Meinst du, das ist haut hin? Ja. Könnte, ne? Ja, das könnte hinhauen. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist irgendwas. Hm. Sehr sympathisch. So, mal gucken, wie viel Platz hätte ich denn hier. Irgendwas ist hier. Was machen wir mit dem Rest der Melonen? Ich habe 18 Melonenkernen und drei Melonen noch so. Die kann man so essen, ne? Ja, kann man. Die kann man nochmal holen lassen, ne? Ah, da kommt er. Wo? Brauchst du Hilfe? Ne, der Erste ist schon tot. Na toll. Du Scheiß-Zombie, ich habe dich platt gemacht. Hab ich nicht mal auf Krawall gebürstet, wie ist er? Kleines Arschköpfchen. Ach, du Scheiße, unten Treeper und da läuft irgendwas ganz Merkwürdiges rum. Was ist das? Was? Wo läuft was Merkwürdiges rum? Das war irgendwie so braun. Ich höre die ganze Zeit, oh, Superspackos. Was ist der denn? 18 Pfeile habe ich nur noch. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch vorsichtig sein. 18 Pfeile? Ja, der Zombie ist weg. Und dieser komische, braune, wandernde Haufen auch. Ich weiß nicht, was das war. Und der Kieper, der kann gerne da bleiben. Ich kann dir das nicht sagen, was das war. Wo der Papa wächst. Ich schaue mal. Hm. Was schaust du denn? Ich gucke von hier oben, ich bin am Dach. Oh, hier ist ein Creeper. Hier ist überhaupt kein Schwein. Hallo Creeper, da ist du mit dir. Was? Hier ist nichts los, ich sage es dir. Hier oben bin ich, hallo. Doch, da hinten, da ist ein Creeper. Siehst du? Wo, 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 wo? Der versteckt sich im Grün. Jetzt er tot. Ah, du hast ihn tot gemacht. Ja, da kommt ein Schaf. Und da oben ist ein Skelett. Wo ist ein Skelett? Warte mal, das haben wir mal eben hier ein. Ähm, weiter da hinten. Okay. Zwei. Oh, hab ich ein Herzkasper gekriegt. Verpieselt euch, ihr blöden Zombies. Hey, Zwillingszombies. Wenn du mich noch einmal haust, ne? Alter. Haust du ihn dann zurück? Ja, ich hab ihn verbimst, hab ich ihn. Ey, find ich geil. Willst du auch mal? Ich kann grad nicht, ich muss Dach bauen. Nee, verbimst werden, meine ich. Ja, bitte. Ah, scheiße. Das war die Strafe. Das ist ein Creeper. Verpiss dich. Jetzt stirbt doch endlich. Ey, vier Pfeile. Ich glaub das ja wohl nicht. Du machst das schon. Das machst du wirklich gut. Ja, toll. Ich hab das von hier oben gesehen. Das ist wirklich bemerkenswert. Wolltest du mich jetzt auf den Arm nehmen? Nein. Nein, nein. Heute nicht. Guck mal, da kommen die Skelette. Dreh ich mal um nach rechts. Äh, hallo? Jetzt lauf doch nicht weg. Wo denn? Hinter dir. Da hinten, am Berg. Wo am Berg? Hier? Ja, da sind doch die. Ja, jetzt guckst du ein bisschen rechts. Am Schaf vorbei. Da hinten. Bei den Bäumen. Ah, ja, ich seh sie. Da hinten sind sie. Ja, ich hab's gesehen. Äh, huppala. Ich hab aus Versehen eine Rückwärtsgang eingelegt. Hier sind schöne Spinnen. Eine. Tod. Und noch eine. Hätt ich mal besser die Klappe gehalten. Kommst du klar? Oder brauchst du Hilfe? Nee, bis jetzt geht's. Bis jetzt geht's. Von wegen auf Krawall gebürstet. Blödes Viehzeug. Das ist ein Schaf. Okay. Schafe sind okay. Schafe tun nicht weh. Ich höre einen Zombie. Aber du machst das schon. Du verteidigst unser Zuhause und ich baue in der Zwischenzeit weiter. Ja, das ist eine super Idee. Ja, ne? Fuck, da kommt schon wieder ein Zombie. Lass das Schaf in Ruhe, du böser Zombie. Das ist mein Schaf. Und wenn hier jemand Schafe killen darf, dann bin ich das. So. Schätze können? Ja? Wenn wir die Nacht rum haben, dann hätte ich gerne ein Päuschen. Ja. Die sind alle doof. Wieso sind die denn alle doof? Die sind nicht doof. Also am blödesten finde ich immer noch die Creepers. Hat sich nicht geändert. Ja, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Nee. Ich kenne auch niemanden, der die toll findet. Oder? Nee. Das sind so die Honkies unter den Minecraftern. Das sind die Archies. Aber das ist egal. Ja. Wenn man weiß, wie man sie kriegt, dann geht das schon. Wenn man sie zu nehmen weiß. Ja, genau. Apropos nehmen, ich habe nur noch zwölf Pfeiler. Also ich kann nicht mal ganz so viele Creeper nehmen. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder keine Stufen mehr. Apropos Creeper, da hinten ist schon wieder einer. Guck mal, wie sieht mein Dach aus? Bleib schön da. Da ist eine Spinne. Ich komme mal gucken. Wo sind die denn alle? Du müsstest gleich mal... Oh, das sieht schön aus. Ja. Ja, cool. Weißt du, was ich aber jetzt gerade ein bisschen blöd finde? Nee, was denn? Guck mal, wenn man von hier aus guckt, das ist relativ breit, ja? Mhm. Und hat da vorne die Tür und der Bäcker halt nicht. Ja, der braucht auch keine Tür da vorne. Nee, ja, ich weh. Ah, Mann. Scheiß Geräusche. Irgendwo ist hier noch was, ne? Naja, unter uns. Immer noch. Ich guck mal hier oben. Ein Enderman! Hilfe, jetzt will ich doch Hilfe haben. Wo, wo, wo? Neben meinem Stall. Okay, den hole ich mir. Hä? Was schleppen wir da rum? Einen Grasblock oder was? Ja, Erde. Die klauen Erde. Die sind total krank, die Typen. Aber der haut gleich ab, jetzt wird hell. Er soll sich mal vom Acker machen und meine Erde in Ruhe lassen. Wenn ich was abgebe, dann nur dir. Oh, nicht dem Enderman. Ja, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Ja, weiter. Ach, bist du eine geile Sau. So, und eine Enderperle. Eine Enderperle haben wir wieder. Ja, hier hat er den Block geklaut, da. Irgendwie hat er was geklaut. Nee, nee, das war vorhin ich. Ach, du warst das. Ich hab einen zu viel geklaut. Oh, ja, das ist doch ganz nett aus, das Haus. Das ist ein bisschen größer geworden. Nee, ich finde das gut. Das kann man gerne größer lassen. Aber hier ist noch eine Spinne, warte, die kill ich noch. Und ein Zombie. Zombie! Ein Zombie hing am Glockenseil oder so. Boah, du kleine Pestbeute. Ja, ich wollte ja mein Inventor aufräumen hier. So. Haha. So, den hab ich auch gekillt, ey. Da hinten brennen die Zombies. Und die Dinge. Das ist sehr gut. Warte, hier oben ist noch ein Skelettus. Das killen wir noch eben. Äpfel kann ich nicht zufällig pflanzen, oder? Äpfel? Ja. So, dass da vielleicht so ein zufällig ein Apfelbaum draus wird. Das würde ich ganz cool finden. Nein, das geht nicht. Das wär was, oder? Ja, das wär was. So, wir haben alles, glaub ich, soweit aus dem Kopf. Echt? Ja, ich bin auch fast fertig geworden mit dem, mit dem, äh, mit dem Dings hier. Mit dem Dach. Aber auch nur fast. Aber ist nicht schlimm. Das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ja. Wo bist denn du? Ich ernte gerade ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einen kleinen Breakie-Breakie. Ja. Du, 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 ich muss mal was essen eben schnell. So. Schnückel, schnückel. Fertig. Und dann sehen wir uns. In der nächsten Folge Minecraft. wieder das schnittchen rodet hier alles ab ja krass was das schachtbrettmuster an was das ist cool kleine melönchen das ist cool fast auf wir gucken ob wir die zum wachsen kriegen ganz schnell noch ich hatte glaube ich auch noch ich habe noch 60 stück hier hallo falscher knopf da habe ich weggetan weiter geht nicht mal die lassen sich halt nicht von jedem und so deswegen brauchen die platz okay weil nicht weil weil die millionen kummer wachsen können cool weil die millionen rechts und links neben der pflanze wachsen deswegen brauchen die platz das hätte mir auch mal jemand sagen können ich dachte statt der pflanze kommt dann eine melone dabei rum so gut das muss man auch wissen so lernt man dazu genau sagt dann bedanken wir ganz herzlich fürs zuschauen genau und sagen bis zum nächsten mal ja 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 ja